Papierarbeiten von Neo Rauch. Seit dieser Woche ausgestellt im Berliner Gutshaus Steglitz. Unter dem Titel der Beifang zeigt der prominente Vertreter der Neuen Leipziger Schule jetzt seine privaten Werke der letzten 20 Jahre. Rauchs Motive, oft verschlüsselt, mystisch, finster. Ich bin getrieben von unguten Vorahnungen. Ich halte alles Entsetzliche für jederzeit möglich. Und das manifestiert sich natürlich auch auf meinen Blättern. Papierarbeiten, die an Rauchs großformatige Leinwandgemälde erinnern, ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Bis jetzt Neo Rauchs Beifang. Zu sehen bis 26. September.